Geschichten, meine Familie hat mich in dem teuren Restaurant gedemütigt, aber als der Besitzer mich erkannte, hat er es alle bereuen lassen. Wenn du neu bist, hinterlasse ein Like und abonniere die Seite, weil du mich damit ermutigst. Schauen Sie bis zum Ende des Videos, um die große Entdeckung zu erfahren. Oh, ich habe doch nicht vergessen, für Fräulein Mancini zu reservieren. Es tut mir leid, meine Schwiegermutter tat so, als sei sie überrascht. Und nahm meine Hände, wir gingen zu fünft in das Restaurant, aber sie hat absichtlich keinen Platz für mich reserviert. Mein Lieber, du musst dich nicht entschuldigen, eigentlich haben wir für unseren Sohn und unseren Enkel reserviert. Das unzeitgemäße Gelächter passte überhaupt nicht zu der heiteren Atmosphäre in dem gehobenen Restaurant. Einen Moment lang wünschte ich mir, ich könnte mich einfach um den Tisch drehen, an dem sie saßen, aber ich war zu erschöpft, um mich ihnen zu stellen. Außerdem wollte ich nicht, dass mein geliebter Sohn Zeuge einer solchen Szene wird. Ich solzte und wechselte resigniert das Thema. Na gut, dann kümmere ich mich um Markus. Mach dir keine Sorgen. Ich verabschiedete mich, obwohl ich wusste, dass dies die unangenehme Situation nicht beenden würde. Auf Wiedersehen, Liebling, sagte meine Schwiegermutter mit einem ärgerlichen Lächeln im Gesicht, wie sie es seit der Heirat mit ihrem Sohn getan hatte, und nannte mich weiterhin bei meinem Mädchennamen, Mancini. Sie behandelte mich immer so, und während ich die Tränen zurückhielt und mir am Tresen die Hände abwischte, ergriff ein Kellner plötzlich meine Hand, Hi, Miss Mancini, das kann nicht sein, ich hätte nie gedacht, dass so etwas passieren könnte, und dass ich ihn dank eines Kellners wiedersehen konnte, der erkannte, dass meine Schwiegermutter sagte, von diesem Moment an änderte sich mein Leben völlig. Als mein Eheleben in die Brüche ging, ich lebte mit meinem Mann José und meinem Sohn Marcos. Das glückliche Leben, das wir in unserer Dreizimmerwohnung führten, gehörte der Vergangenheit an. Ich lernte José an der Universität kennen, er sah aus wie ein Model und konnte sich gut ausdrücken, so dass viele Mädchen hinter ihm hier waren. Die Tatsache, dass ich ihm auffiel, bedeutete, dass er mich wirklich mochte. José war einer von denen, die sich immer in den Vordergrund stellten, er verbarg das sehr gut, aber als wir uns näher kamen, entdeckte ich das schnell. Ich war überrascht, als José mir seine Gefühle für mich gestand, aber wenn ich jetzt zurückdenke, muss es daran gelegen haben, dass er meine schwache Persönlichkeit mochte. Während wir uns trafen, begann ich seine Persönlichkeit in Frage zu stellen, da ich nicht verstand, wie ein so guter Mensch mich ausgewählt hatte. Dank der Intervention seines Vaters bekam José eine Stelle in einem großen Unternehmen und wurde auf besondere Weise behandelt. Als Einzelkind verwöhnten ihn seine Eltern nach Strich und Faden. Ein Bekannter meines Schwiegervaters besaß ein Mietshaus und gewährte uns einen großzügigen Nachlass auf die Miete. Ich nehme an, meine Schwiegereltern waren unglücklich, denn sie behandelten mich mit Gleichgültigkeit. Ich werde nie den feindseligen Blick vergessen, den er mir zuwarf, als wir uns das erste Mal trafen. Damals sagte José, eigentlich brauchst du sie gar nicht zu beachten. Du wirst nicht sie heiraten, sondern mich. José erschien mir damals seltsam vertrauenswürdig, und so machte ich den Fehler, auf ihn zu hören und zu denken, dass alles gut werden würde. José und ich heirateten, aber seine Eltern akzeptierten mich immer noch nicht als Teil ihrer Familie, selbst jetzt noch nennen sie mich bei meinen Mädchennamen. Nach unserer Heirat brachte ich unseren Sohn Markus zur Welt, und ohne Markus hätte ich schon längst aufgegeben. Im ersten Jahr nach Markus' Geburt änderte sich die Einstellung meiner Schwiegereltern auf subtile Weise. Sie freuten sich sehr über ihr erstes Enkelkind, und meine Schwiegermutter dankte mir sogar dafür, dass ich Markus zur Welt gebracht hatte. Das waren die einzigen Worte der Dankbarkeit, die ich von ihr hörte, sowohl am Anfang als auch am Ende. Als Markus zwei Jahre alt wurde, wurde alles wieder so, wie es vorher war, wenn nicht sogar schlimmer. Wenn meine Träume unser Haus besuchten, richteten sich ihre Blicke nur noch auf José und Markus. In der Zwischenzeit bildete José auch mich aus, während ich mich mit unserem Sohn beschäftigte. Ich beschloss, dass ich bei José bleiben sollte, bis Markus erwachsen war. Ich sagte mir, dass sogar ein Vater wie José besser war als Markus, der keinen Vater hat, aber eines Tages war es Wochenende und meine Schwiegereltern kamen, um wie immer mit Markus zu spielen. Ich habe gehört, dass es sehr schwierig ist, dort eine Reservierung zu bekommen. Ich habe eine besondere Anfrage an die Familie für dich gestellt, sagte mein Schwiegervater zu José mit Stolz. Ich hatte gehofft, dass sie ohne mich irgendwo hingehen würden, wie im letzten Jahr, aber meine Schwiegermutter wandte sich an mich, also solltest du deinen Terminkalender auch offen halten, während ich mich noch von dem Schock erholte, den meine Schwiegereltern erlitten hatten. Ich verstand nicht, was los war, aber es könnte der erste Schritt sein, um unsere Beziehung zu reparieren. Ich war voller Hoffnung. Es war José Geburtstag, und wir trafen uns alle in dem Restaurant. Da ich wusste, dass es sich um ein Nobelrestaurant handelte, stellte ich mir ein riesiges Lokal vor, aber es war tatsächlich ziemlich klein. Es war die Art von Lokal, in dem immer nur ein paar ausgewählte Kunden essen konnten. Mein Schwiegervater schien sehr stolz auf sich zu sein. Als ich das Gelände betrat, blieb ich an einer großen Steintafel stehen, auf der der Name, Felipe, eingemeißelt war. Der Anblick dieses Namens weckte alte Erinnerungen und füllte mich in ein Gefühl der Nostalgie. Wenn ich zurückdachte, fiel mir ein, dass es in der Schule einen jungen Namens Felipe gegeben hatte. Ohne es zu merken, bildete sich ein Lächeln auf meinen Lippen. Dann wurden wir zu einem Tisch in einem privaten Raum geführt. Mir fiel jedoch auf, dass in dem Raum nur vier Stühle um den Tisch herum standen. Die Kellnerin kam zu uns zurück, sichtlich aufgeregt, und sagte, entschuldigen Sie, ich hole noch einen Stuhl. Ich erwiderte leicht hin, keine Sorge, vier Stühle sind mehr als genug. Der Kellner war verwirrt, aber ich verstand schnell, was mein Schwiegervater meinte. Mein Schwiegervater mischte sich ein Ohnein, ich habe vergessen, eine Reservierung für Frau Mancini zu machen. Tut mir leid, meine Schwiegermutter tat so, als wäre sie überrascht, und nahm meine Hand. Wir gingen zu fünft ins Restaurant, aber sie reservierte absichtlich keinen Platz für mich. Meine Liebe, du musst dich nicht entschuldigen. Wir haben ursprünglich für unseren Sohn und unseren Enkel reserviert. Mein Schwiegervater ermutigte seine Frau, während er laut lachte. Hisele, hör nicht auf, die Rechnung zu bezahlen, wie schön ist es, die Familie zum Essen einzuladen. Nachdem mein Mann José gesprochen hatte, lachten meine Schwiegereltern noch mehr, ihr klassenloses Lachen passte nicht zu der ruhigen Atmosphäre dieses sehr teuren Restaurants. Mein Sohn Marcos sah mich verheerbert an, ich wollte den Tisch umdrehen, an dem sie saßen. Aber ich hatte nicht mehr die Energie, sie abzuwehren, und ich wollte nicht, dass mein kostbarer Sohn das sah. Ich seufzte und drehte mich um. Nun, ich werde mich um Marcos kümmern, also, keine Sorge, es gibt einen Mancini. Hinter mir ertönte noch mehr Gelächter, als ich den Raum verließ und auf den Ausgang zusteuerte, wobei ich mir die Tränen wegwischte, die mir plötzlich über die Wannen kullerten. Der Kellner, der mit mir den Raum verließ, nahm plötzlich meine Hand. Entschuldigen Sie, Madame, Sie sind eine Seele von Mancini. Bitte folgen Sie mir, ich fragte mich, was los war, aber ich folgte dem Kellner trotzdem. Als wir den privaten Speisesaal verließen, konnte ich immer noch die laute Stimme meines Schwiegervaters hören, es wird so teuer sein, dass sie es nicht bezahlen kann. Sie wird gezwungen sein zu weinen, wenn sie es nicht bezahlen kann, sollte sie abwaschen. Aber warum hat mich der Kellner hierher gebracht? Er öffnete die Tür. Während ich immer besorgter wurde, bemerkte ich, dass ein großer Mann vor mir stand. Ich erkannte von irgendwoher, wer das sein könnte. Ich schaute ihn ernst an und er hob eine Augenbraue. Augenbraue, an dieser Geste erkannte ich, dass sie Philippe sind. Ja, natürlich, es ist schon eine Weile her. Das Restaurant wurde nach meinem Schulfreund benannt. Philippe lächelte und wurde dann ernst. Alma, würdest du sie bitte bei mir lassen? Fragte ich und meinte damit meinen Mann und meine Schwiegereltern. Sicher, komm schon. Mein Mann nahm meine Hand und führte mich, ohne ein Wort zu sagen, in den privaten Speisesaal. Als Philippe die Tür öffnete, drehten sich alle Anwesenden sofort um und sahen ihn an. Mein Schwiegervater stand auf und schenkte mir ein freundliches Lächeln. Ah, Chef Philippe, sagte er und sein Gesicht zeigte Überraschung. Du siehst ziemlich ernst aus. Ist etwas passiert? Hat es etwas mit Alma zu tun? Fragte mein Schwiegervater. Philippe und ich waren Klassenkameraden in der Highschool. Philippe war damals sehr rebellisch und schwänzte oft den Unterricht. Nachdem etwas passiert war, kamen wir ins Gespräch und wurden Freunde. Obwohl er aggressiv zu sein schien, in Wirklichkeit war er ein sehr netter Kerl. Als ich hörte, was Philippe zu meinen Schwiegereltern sagte, wurden ihre Gesichter rot. Es war nicht unsere Absicht, also erklären sie mir bitte, was sie zu tun versuchten. Als ich mich umdrehte, um zu sehen, wen Jose anschaute, sah ich einen älteren Mann, der wie Philippe aussah, auf uns zukommen. Ich wollte in Gelächter ausbrechen, aber die Atmosphäre im Raum war intensiv. Sie waren es, der den Freund meines Sohnes so unhöflich behandelt hat. Aber Boss was ist passiert? Sie wollen das nicht erklären. Sie haben einen Fehler gemacht. Es gab ein Missverständnis. Hi Seele, sag etwas. Ich habe dich gefragt. Nicht die Seele. Ich brauche keine unhöflichen Kunden wie Sie, die nicht in unser Restaurant kommen. Warten Sie bitte, geben Sie uns eine Chance. Es tut mir leid. Bitte verzeihen Sie uns beiden. Entschuldigte sich verzweifelt. Meine Schwiegermutter fing an zu weinen. Markus kam zu mir. Er hatte Angst und Tränen in den Augen. Ich sagte ihm, er müsse keine Angst haben und streichelte seinen Kopf. Nach einer Weile beruhigte er sich und lächelte wieder. Wenn du wirklich aufrichtig bist, solltest du es zeigen. In dem du das Restaurant sauber machst, nachdem wir für die Nacht geschlossen haben. Leute mit schmutzigen Herzen wie du sollten lernen, sauber zu machen. Philippe, dein Vater, hat Markus und mich in einen separaten Raum gebracht und uns ein Essen serviert. Das Essen war unglaublich köstlich. Obwohl Philippe sich sehr bescheiden gab, haben sie sogar ein besonderes Gericht für Markus zubereitet. Markus, deine Mutter ist ein großartiger Mensch. Ja, natürlich. Willst du eine Geschichte hören? Wollen. Daraufhin begann Philippe, eine Geschichte aus seiner Vergangenheit zu erzählen. In der High School hatte Philippe eine Abneigung gegen das Lernen, obwohl seine Eltern zur Elite gehörten. Er war nicht besonders gut, hatte ein sehr geringes Selbstwertgefühl und fühlte sich in seiner eigenen Familie fehl am Platz. Sein Desinteresse führte dazu, dass er so oft dem Unterricht fernblieb, dass er beinahe von der Schule verwiesen worden wäre. Eines Tages, als wir im Hauswirtschaftsunterricht in der gleichen Gruppe ein Kochprojekt durchführten, geschah etwas Unerwartetes. Nachdem ich das von Philippe gewürzte Essen probiert hatte, rief ich, probier mal. Wow, das ist köstlich. Du bist sehr begabt im Umgang mit Gewürzen. Philippe entgegnete bescheiden, ich habe es irgendwie zufällig gemacht. Ich beharrte jedoch darauf und sagte, dass es kein Zufall sein könne, denn das Essen sei unglaublich. Dieses Kompliment war ein Meilenstein im Leben von Philippe. Es war das erste Mal, dass ihm jemand ein so aufrichtiges Kompliment gemacht hat. Dieses positive Ereignis trug dazu bei, dass Philippe begann, Koch zu studieren. Natürlich wurde er nicht über Nacht zum Profi, er machte viele Fehler auf seinem Weg, aber diese Reise begann dank eines einfachen Kompliments. Ich bin wirklich nutzlos, du bist nicht nutzlos, du musst nur kreativ mit deinem Essen umgehen. Egal was für köstliche Zutaten du verwendest, wenn es nicht gut gekocht ist, wird es nicht schmecken, die Portionen gut abmessen, verschiedene Kombinationen ausprobieren oder Dinge über Nacht ruhen lassen. Man muss also kreativ sein. Das hat Philippe schließlich erkannt. Er wollte zunächst Profi werden und wurde schließlich ein weltberühmter Koch, von da an verbesserte sich Philippes Beziehung zu seinen Eltern, aber nachdem ich die ganze Geschichte gehört habe, muss ich zugeben, dass ich nicht verstanden habe, ob ich wirklich so etwas gesagt habe, du hast Mama vergessen, du bist erstaunlich. Verstaunlich, Philippes Geschichte ist noch nicht zu Ende, er wird noch oft mit seinen Mitarbeitern über mich sprechen. Als der Kellner meinen Namen hörte, erkannte er ihn wieder und ich wusste, dass der Name des Ladens kein Zufall war. Du bist der Einzige, der mich beachtet hat, danke, rief einer der Kellner Philippe zu und verließ den Raum. Ich dachte darüber nach, was ich Philippe gesagt hatte, dass ich auch kreativ mit meinem Leben umgehen sollte, wenn ich nicht mein Bestes geben würde. Ein Jahr später begrüßte ich Philippe mit einem herzlichen Hallo. Markus rannte aufgeregt auf Philippe zu, um ihn zu umarmen, und Philippe antwortete mit einer liebevollen Umarmung und einem Lächeln. Von diesem Moment an, nach unserem Treffen im Restaurant, sahen Philippe und ich uns oft. Schließlich begannen wir eine Beziehung und erwägen nun die Möglichkeit, zu heiraten. Ich habe noch nicht mit Markus darüber gesprochen, aber ich bin sicher, dass er sehr glücklich darüber sein wird. Mit der Zeit hat sich Markus so sehr in Philippe verguckt, dass ich völlig davon überzeugt war. Nach diesem Vorfall wurden mein Ex-Schwiegervater und José degradiert. Sie fliehen ihre Chefs um Verzeihung an. In großen Unternehmen wie dem Ihren gibt es komplizierte Personalprozesse, weshalb sie noch nicht entlassen wurden. Philippe und ich kümmern uns um Markus, während er friedlich schläft, nachdem er es leid war, mit Philippe zu spielen. Markus macht sich Sorgen, weil er nicht gut in der Schule ist. Er versuchte, zu seinem Vorteil zu kochen, um mehr wie sie zu sein. Seine Versuche waren jedoch erfolglos, was ihn noch mehr entmutigte. Die Wahrheit ist, dass er nie ein großer Sportfan war, aber neulich hat er überraschenderweise den ersten Platz bei einem Schnelligkeitsrennen in der Schule gewonnen. Es gibt keinen wirklichen Grund, sich Sorgen um ihn zu machen. Philippe und ich tauschten Blicke und Lächeln aus. Ich möchte immer friedliche Momente wie diesen mit meinem Partner teilen. Ich habe vor, Markus auf die gleiche Weise zu unterrichten, wie du mich unterrichtet hast, denn jeder hat seine eigenen Fähigkeiten und Leidenschaften. Danke, Philippe, sagte ich dankbar. Philippe streichelte Markus, kopsanft mit seinen großen Händen. Es fühlte sich wirklich an wie Vater und Sohn. Wenn Sie neu auf dem Kanal sind, lassen Sie bitte Ihren Like, Kommentar und abonnieren Sie, da Sie mich dazu ermutigen, weitere Geschichten wie diese zu bringen. Bis zum nächsten Mal.